hallo und herzlich willkommen auf kaliber 80 leute heute werden die rewards von meinem division rivals 2 geöffnet habe ich drei packs dazu bevor ich aber anfange leute will ich eins sagen abonniert bitte unseren kanal wir würden uns wirklich sehr freuen wir haben mal geschaut 40 prozent der zuschauer haben noch nicht abonniert lasst ein abo da aktiviert die glocke und vergisst nicht zu liken und jetzt können wir auf jeden fall loslegen wir fangen wie gewohnt bei mir immer von hinten an wie oft habe ich den gezogen wie oft habe ich den gezogen naja spc futter können wir behalten auch spc futter unglaublich unglaublich alle diese spiel will mich wieder verarschen alter da bis division 2 und dann ziehst solche schmocks leute danke fürs reinschauen haut rein bis zum nächsten mal ciao ciao